Chemiefabrik heißt die Map. Letztens ist mir die Perücke runtergeflogen. Hoffe ich, dass es diesmal weiter schaffe als bis zur zweiten Tür. Es ist nicht die schwierigste Schwierigkeit, aber für die bin ich auch viel zu untervorbereitet. Das ist das Vorbereitungsspiel. Und letztens, wie ich in der Map war, bin ich nach einer Minute verreckt. Es kann normal nur besser werden. Hoffentlich. Wir werden es sehen. Ich darf nicht so weit Firi pushen, weil letztens, wie ich so weit Firi gepusht bin, ist die Tür aufgegangen und dann war es sowieso zu Ende. Genau deswegen, weil dann der große Boss gekommen ist. Atom, genau, rechtzeitig da. Ganz wichtig. Oh, große Zone. Da kommt schon alles runter. Bin ich da in Sicherheit? Wahrscheinlich nicht. Machen wir den einfach schnell weg und dann bin ich in Sicherheit. Ja, sehr schön. Sehr schön, das Ding. Die expedieren auch gleich alle auf ihre eigene Kanaten. Oh, Monilja. Oh, Monilja. Ich muss schnell. Oh. Ich habe ihn genau geschehen, Zend. Aber man kann auch was sagen. Oh, man kann auch was sagen. Wo rennst du hin? Why are you running? Zurück. Okay. War doch nicht irgendwo Munition. Und da bin ich dann eingegangen. Genau auf dieser Stelle. Sondern wir werden jetzt schauen, dass wir sie besser aufhalten. Wow. Ich hab gleich mal einen Scheibenfluss auf die Nuss bekommen. Ja doch, ist schon ein bisschen besser. Der hat auch schon alle Schäden auf dem Kopf. Mach mal weg. Der ist der Große. Blutung mache ich jetzt auch noch als extra Schaden. Ah, komm. Fast. Alter. Hat sie sich um die Ecke geschossen? Das tut mir leid. Ach. Ah, ups. Sie kommen eh schon wieder her zum Rushen. Können wir es mal rauslocken. So. Haben wir es schon mal weiter geschafft. Aber ist ja noch nicht der offiziell schwierige Teil. Der offiziell schwierige Teil kommt ja noch. Du ist nächstes. Ich hoffe, wenn ich da wieder zurückgehe. Dann kommen wir wieder ein paar Große. Ja, kommen wir schon. Was ist das? Oh Mann. Boah. mach mal Fettschaden, am besten gleich mal auf seinen Kopf dann schaut es schon besser aus hier und der nächste Boss ist vor mir ah, er bewegt sich kaum ne, keine Ahnung was er macht, aber ich bin weg ah, die Dinger sind das ja, die mag ich nicht kommt Tom Deck ja auch, oder da kämpft er da unten ist, ne oh ey, oh, teleportier dich doch und Schaden naja, ist ja schön das war's mit dir auch schon letzter das hier wird ne ewig lange nachladen mit dieser Waffe, aber es zahlt sich aus jetzt kommt erst der schwierige Teil und danach kommt noch ein schwierigerer Teil also es wird hier nicht leichter Kopf raus sehr schön, braver Junge oh, wo kommen die da sieht noch mal in einem guten Campraum aus wenn ich vielleicht brauchen kann wow er gibt mir einfach mal ne Faust oh je oh je wo bin ich hier ja, da sollte ich gar nicht drin sein da sollte ich wahrscheinlich gar nicht drin sein und der nächste Boss kann ich noch hinten abhauen ja machen wir wieder die Taktik und die Taktik oi wow, was war das uff, uff, uff oh ja wo sie mich auch immer gerade hingezogen haben das war ja nicht das schlechteste aber ich will wieder zurück war noch nicht fertig hier jetzt bin ich fertig hier jetzt können wir weiter pushen so, nicht die schönste Map deswegen mag ich die Monster Maps lieber wo man Natur sehen kann so, hat wieder ein Boss gekommen oi ah, stinkt nach Bossen stinkt doch gewaltig nach Bossen hier äh, Hugo Boss mh, Hugo Boss mh boom ah, kommt von näher ah, guter Schuss mal könnte ich hier reinhopfen überhaupt jetzt da ja da mach ich schon Scheitschaden mach mal mal den Weg da ein bisschen frei wenn alle mit Schüsse nur so stark wie die Erste werden da wird wieder gesponged schon da wird wieder gesponged schon so, die kleineren die gleich mal in alle Richtungen exportieren werden so, ich will mich selber auch noch erwischen so, jetzt reicht's aber auch da so, ach schauen wir mal, ob man da noch Muni bekommt wenn man weitergeht weil jetzt kommt der schwierige Teil erst oh, Tom ist ah, Mist oh je wo ist Muni das schaut nach nem geklitschten Raum aus oh oh ja schon ich will mal ein bisschen was wegmachen da oh ja, Mist oh je und da war die Muni sehr schön gut zu wissen einmal weg, bitte und den Zweiten dann weg ja schon haben wir noch den Mr. Dr. Freeze Mr. Freeze oh ha tschüss Mist all I'm missing is some elevator music do 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 dodo do Cent wo so dem irgendwann was mehr machen muss die neue education. das sind die Möglichkeit damit, wer hätte in meinem Schwenheit verflügt werden die mache. zum überhaupt machen, möchte jeder anAAAAA-Motern in dieser Map ja, wer kommen machen bei Monster in dieser Map okay na BOOM Dr. Freeze haben wir zurückgelassen jetzt wissen wir wie seine Origin Geschichte passiert ist hey Mr. Mr. Freeze oh das geht auf die Augen oh komm schon oh ich weiss ja das Monster kommen die dann gleich mal in Granaten mehr explodieren oh er hat auch Dodges oh seine Dodges sind meinen nichts verglichen oh kleiner weg machen damit wir Granaten mehr haben sehr schön sehr schön ich weiß nicht wie viel Mund ich gerade gehabt habe oh du musst weg er ist daneben gesprungen und den gehen wir mal auf Fresse oh ja oh das macht schon Schaden im Lockrend Modus oh Stimmen machen wir auch gleich extra da darf nur ich stimmen ich werde gleich mal oje ah explodiert man du wirst es doch auch ja gute entscheidung wo ist der Rest? das war es doch noch nicht ah, jetzt kommt der Boss aha ein grüner ah ah ich suche mal die kleinen Sim zu locken jetzt da ein Affenmeer ob bin ich denn da jetzt reingehoben ob ich hab dir auch was drohende geschafft uff nebbern auch schön in den Rücken geschossen wieder große Muni holen und in den Rücken schießen oh wow ah ja wirklich wird leichter und das war's wup 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 Gold kriegen wir sowieso nie was Well ja 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 es blutet ja da ist natürlich nichts goldenes dabei danke danke fürs Zuschauen und tschüss tschüss Vielen Dank.